Hallo, ich bin Daniel Brockhaus. Ich bin Schauspieler und leite den sechstägigen Schauspiel-Workshop hier im Coup-Florent Berlin. In dem Workshop werden wir an Monologen arbeiten, wir werden improvisieren, wir werden an Körper, Atem und Stimme arbeiten, wir werden unsere Beobachtungsgabe schärfen und wir werden auch mit der Kamera arbeiten und uns anschauen, wie wir so über die Kamera wirken. Ich werde euch verschiedene Casting-Methoden vorstellen, wie wird in Deutschland gecastet, wie wird international gecastet, wie castet man für Werbung, für Spielfilm und ich werde euch auch auf Vorsprechsituationen vorbereiten. Ihr habt die Möglichkeit, am Ende der Woche hier für den Studiengang Schauspiel vorzusprechen und ihr werdet in der Woche den Campus kennenlernen, die Lehrenden, die Studierenden, ihr werdet ein Gefühl dafür bekommen, wie es so ist, an dieser Schauspielschule zu sein. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.